Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, unbewürfte Zeugen anzunehmen bei Reville Coast im Gebirgspass der Totenwinde an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich nehme also die Quest an und dann habe ich hier verschiedene Gegenstände, die ich untersuchen muss bzw. ich muss einen bestimmten Gegenstand finden. Dazu nutze ich jetzt dieses zerflederte Tagebuch. Die anderen waren also quasi Attrappen bzw. das waren nicht die richtigen. Und dann darf ich die Quest bei Zerfleder das Tagebuch abgeben. Im Gebirgspass der Totenwinde an fast der gleichen Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!